Schau mal vorne lang. Können wir nicht weg machen. So, dann bestimmt irgendwo da oben. Weiter in die Mitte bestimmt. Nein, ich auch nicht. Okay, hier war ja lang. Verdammt. Gut, die konnten wir leider nicht mehr bekommen. Aber dann werden wir erstmal von uns hinbegeben. So, vernichten wir erstmal den Hauptmann hier. Damit sie unsere Männer hier mal verteilen können. Okay, wieder hinterkommen müssen wir da runter. Weiter. Okay, das müssen wir einnehmen. So, weiter geht's. So. So, das kommen wir langsam ziemlich nah ran. Boah, die können die hier aber Nerven. So. So. So, erstmal hier aufräumen. So. 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 wir werden das große einsammeln. Dann weiter draht aus. So. Werden wir kurz schnell einnehmen. So. Dann spawnen die hier da so viel. So. So. Und nun. So. Da müssen wir lang. Wir werden das Gebiet einholen. So. So. Es läuft bei mir. Es läuft bei mir. So. Schleiß gehen wir da hoch, wenn ich das Gebiet habe. So. 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 So, wir können jetzt hier die Super-Kumbi einsetzen. So. Der Hauptmuss muss mal auftauchen. Und zwar jetzt. So. 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 geht's und den müssen wir unbedingt besiegen mit dem besieg kam er habe ich glaube der level ist schon gewonnen und mann etwas daneben so war etwas viel daneben so kommen wir wohl da man so wohl dann werde ich auf jeden fall besiegen so jetzt aber so kommt die kombi okay das können wir später mal weg machen wollen wir erst den besiegen können wir das nicht aufmachen mann der typ ist besser geworden so erstmal weg so erstmal die kombi und jetzt werde ich mich dann fertig machen mann kommt stop so hier erstmal weg gegen den werde ich mich noch nicht anlege ok mori fall die fee finde ok die wird so angestabt die karte die haben jetzt keine chance müsste erst auf die fee und dann können wir seine macht ordentlich schwächer machen so damit ob wir besiegen können so machen wir jetzt ganz schnell so dafür müssen wir jetzt hier hoch wir geben mal die abkürzung so auf jeden fall ziemlich weiter weg wieder hoch für die fee gut kommen wir da also hin na toll ich darf erst mal ein paar leute hier besiegen so natürlich muss ich mich erst jetzt so besiegen verdammt mach dich nicht auf okay das war leider niederlage ich werde aber jetzt gleich nochmal weitermachen mal sehen wo mich spornen ok genau hier bei Volta so so gib mir da erstmal hoch so mann müssen ich erst mal besiegen so bekomme ich noch was ich werde mir die erst mal so erledigen ich werde mir die erst mal so erledigen ich werde mir die erst mal so erledigen so haben wir fast schon wieder ja komm schnell so jetzt weglaufe so so wir sind jetzt schnell durch die große Fee hoffentlich können wir hier noch irgendwas reinziehen damit wir noch etwas mages Energie bekommen ja werde ich machen eine Truhe eine Truhe jo ein Herzteil können wir auf jeden Fall sehr gut gebrauchen so 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 schnell aber so wenn wir das hier mitholen rauben wir dafür weil oben sind ziemlich starke Gegner damit die Gegner auf jeden Fall aus dem Weg räumen können so so komm okay okay gut so jetzt aber okay die wäre schon mal erledigt okay die wird erstmal in Wolke ablenken und jetzt komm wieder rein so war hat die Fee diesmal für uns vor kurzem A Ha 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 ha! Ich brauche so viel Macht, um Volker zu besiegen. Okay, aber nur für Volker zu schwächern. So, Volker ist hinter uns. Okay, da vorne ist Volker. So, die volle Mattling. So, wir werden ihn auf jeden Fall Volker besiegen. So, wir werden ihn auf jeden Fall besiegen. Mann! So, Bombe da! Ziemlich gut! Oh verdammt! Du schleifst einfach so über den Hintern! Jetzt! So, komm, gib's ihn! Mann, Trägen, wir wollen ja mal schleien! Mann, Typ, gib ihn so auf die Nerven jetzt! Das war der erste Part, geht er uns auf die Nerven! Mann, oh Mann! Komm, Link! Schnell, behal' dich! Und besiegt! So, Volker werde erst mal besiegt! So, das wär unser Sieg! So, das wär unser Sieg! So, das wär unser Sieg! Wir werden jetzt erst mal wenig Geld bekommen! So, dann tun wir ein paar neue Waffe erhalte! Neue Items! Und das Schwert! Gut, da hätte ich mir ein neues Level! Ich werde aber jetzt erst mal das hier machen! Aber wir gehen natürlich dafür erst in den Bazaar! So, okay! Hier haben wir da nichts! Also, werden wir jetzt... Es kostet mal hier, lieber da hingehen! So, den hole ich mir für das nächste Level! Dann werden wir erst mal seinen Leather Wing Shower machen! Da ist es viel! Gut! Bis Level 13 machen wir den jetzt! Da hat er auch etwas mehr Power mal! Mal sehen, was wir da machen können! Noch nichts! So, da genauso wenig! Vielleicht können wir sein Level hier irgendwo höher machen! Gut, dafür haben wir in der Sauveins Rubine! Gut, dafür haben wir in der Sauveins Rubine! Gut!